Hi und herzlich willkommen zu Ich-Teste-Verrückte-Amazon-Näh-Gadgets für euch. Heute mit diesem abgespaceden Teil, was ein bisschen aussieht wie ein Stück Raumschiff aus den 70er Jahren. Das riecht aber irgendwie total gut. Das, meine Lieben, ist ein Schrägbandformer bzw. eine Schrägbandmaschine. Gesehen vor Jahren bei Anke von Cherrypicken und jetzt habe ich endlich selber eins ergattert. Der Stoff wird diagonal in streichend zugeschnitten, dann hier aufgewickelt, dann wird das Ganze eingefädelt, die Abdeckung obendrauf und aufs Knöpfchen drücken. Während das Ganze durchläuft, hier mal ein paar Highlights aus der Produktbeschreibung. Der Simplicity Schrägbandformer bietet eine lustige und einfache Möglichkeit, Schrägband zu Hause zu machen. Lassen Sie die Maschine die harte Arbeit erledigen. Mega cool geworden. Das Maschinenchen kostet jedoch 138 Euro. Über den Preis müssen wir reden. Ich muss sagen, ich bin sehr verliebt in das Maschinenchen. Ich habe mir gerade sehr viel Schrägband für einen Mantel gemacht. So hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber jetzt bin ich sehr froh, sie zu haben. Was sagt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und folgt mir für mehr solcher Videos.